Ja Peter, herzlichen Glückwunsch zu einem letztlich verdienten Sieg, der aufgrund vor allem welcher Faktoren aus deiner Sicht zustande kam? Ich finde, das ganze Spiel sind wir sicher gestanden hinten drin, in der ersten Halbzeit vor allem. Also die hatten eigentlich fast gar keine Chance. Wir haben uns die Chance gut rausgespielt, das ist 1-0. Nach der Halbzeit wussten wir, dass Halle jetzt bestimmt zehn Minuten draufgeht und uns erst mal presst. Aber das hat uns natürlich in die Karten gespielt, dass wir dann gleich das 2-0 nachgelegt haben. Auch mal durch einen Freistoß, was auch mal positiv ist, haben wir jetzt auch noch gar keins gehabt. Und ja, dann noch das 3-0. Ein bisschen glücklich vielleicht, sag ich mal. Aber man muss das Glück auch mal erzwingen. Und ich glaube, dann war das Spiel eigentlich auch gegessen. Dafür sind wir defensiv dann auch zu stark, dass die Halle dann nochmal zurückkommt. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit auch gut gestanden. Wir hatten von draußen so ein bisschen das Gefühl, dass ihr so 20, 25 Minuten gebraucht habt, ins Spiel zu kommen. Ja, am Anfang haben wir vielleicht die Räume nicht ganz gestimmt, haben ein bisschen verschlafen. Aber so nach, ja, ich würde sagen nach Viertelstunde ungefähr haben wir uns gefangen und da fand ich lief es dann auch eigentlich ganz gut. Wie gesagt, haben wir uns dann die Chance rausgespielt und dann, glaube ich, war Führung meiner Meinung nach schon verdient. Und ja, dann haben wir das Ding dann in der zweiten Halbzeit nach Hause gefahren. Führung ja mit vorbereitet von dir mit einem hervorragenden Lauf über die linke Seite und einer Wahnsinnsflanke. Da denkt man einfach jedes Spiel doch bitte noch 3-4 Meter davon. Warum ist das so schwierig, genau so ein Ding immer mal zu bringen? Ja, ich versuche natürlich jedes Spiel nach vorne auch was zu machen und freue mich natürlich, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Ich habe doch schon ein paar Dinger, hätte es vielleicht auch klappen können, aber dass es jetzt endlich mal geklappt hat, ist auch für mich positiv, natürlich, aber für die Mannschaft freut es mich natürlich umso mehr. Und ja, wie gesagt, ich versuche jedes Spiel nach vorne was zu machen und Dinger vorzubereiten für unsere Offensiv- und Defensivenleute und dann, ja, dass wir da die Dinger vorne machen und defensiv natürlich auch sicher stehen. Hat ja auch schon beispielsweise in Großasbach geklappt, da hast du sogar mit der Hacke aufgelegt, also du kannst ja alles. Ja, das heißt alles, wie gesagt, ich versuche natürlich vorne auch was zu machen und wie gesagt, haben wir auch schon gesagt, wir sind alle daran beteiligt, dass wir gewinnen und alle daran beteiligt, dass wir verlieren. Wir verliert keiner alleine und gewinnt auch keiner alleine, sondern ja, wir gewinnen zusammen, verlieren zusammen und ja, ich versuche vorne was zu machen, defensiv sicher zu stehen und ja, freut mich natürlich, dass es jetzt wieder geklappt hat. Erster Sieg endlich im fünften Anlauf beim Ost-Club und jetzt 40 Punkte auf dem Konto. Wenn man so eine Zwischenbilanz jetzt mal zieht, ihr könnt mehr als zufrieden sein, oder? Ja, was heißt mehr als zufrieden? Ich finde, wir haben auch den einen oder anderen Punkt noch liegen lassen, in der Hinrunde vor allen Dingen und jetzt natürlich, Rückrunde läuft bis jetzt natürlich ganz gut. Erfurt war es natürlich auch unnötig, dass wir da verloren haben, aber wie gesagt, wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind, wenn wir kompakt stehen, dann sind wir schwer zu schlagen und es ist jetzt Wochenende aufs Neue, sieht man glaube ich auch, dass wir da mithalten können und auch gewinnen können und ja, jetzt ist es auch schön, ich glaube, das ist der erste, also zwei Siege hintereinander, haben wir das erste Mal jetzt geschafft in der ganzen Saison und das ist natürlich top und ich glaube, das sieht man auch, dass wir uns langsam weiterentwickeln und ja, langsam auch so eine Siegermentalität reinbekommen. Glückwunsch zum Sieg, denke ich, war nach 20 Minuten, in denen er ein bisschen am Anfang Probleme hat, hat er letztlich völlig verdient. Ja, die Anfangsphase haben wir ein bisschen verschlafen, da waren wir nicht bissig genug, nicht gut in den Zweikämpfen, aber dann, umso länger das Spiel ging, denke ich, waren wir hinten sicherer gestanden und dann haben wir verdient auch 3 zu 1 gewonnen. Unter anderem auch, weil du natürlich mit dem 1 zu 0 für den Türöffner gesorgt hast, war eine Geschichte, wo man normalerweise bei einem Stürmer, bei einem gelernten Stürmer sagt, da muss er stehen. Nun bist du ja kein gelernter Stürmer, aber trotzdem hast du da gestanden. Er hat mich auch gefreut, eigentlich muss Amir schon das Tor machen, schade, dass er dann nur den Pfosten trifft, aber dann stehe ich zum Glück da, wo der Ball hinprallt und zum Glück haben wir dann 1 zu 0, sind wir in Führung gegangen.